ab es dürfte interessant werden das noch zu nehmen ich muss das ja für sich an ich kann aber es Leute mit dem Stimmen sind das also manipulieren Arme verschwendet ihre Zeit mit diesen lieblosen nach mich verwirrt wie sie deine strenge Heime Betthölle finden konnte er ziehen sie hat ja nicht mal ihr Spiegelbild im Spiegel gefunden als ich noch lebte wir machen mal den einen hier da und sieht aus als hätte sie etwas zurück das ist doch gleich der schwierigste glaube ich sehr schön sehr schön sehr schön ausweichen drauf 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 und ausweichen ganz ruhig ausweichen so komm 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 ausweichen alles klar so hat er auch okay die haben wir schon mal das wollte ich eigentlich nicht so lange er beschäftigt ist folgt er meinen befehlen nicht ich versuche jetzt ganz schnell das hier auszuschalten okay geht nicht nein hoch 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 so jetzt kommen die wahrscheinlich hoch hier drüben ich gebe dir Deckung da ist er muss mein Kopf ja nicht mehr so doch er ist hier lang verschießt er oh du lebst noch oder ist das schon wieder ein neuer wahrscheinlich ja doch und da unten ist er noch ja hier ist eine gute stelle hier kommen die schönen nacheinander hoch der nächste ok ich glaube einer fehlt noch ich hatte gar nicht mehr auf so ok das war's jetzt sollten wir die dinge ausschalten gehen nicht oder doch ah ah mit dem genau mit dem distanzheck gerät konnte ich das doch machen noch einer das was wollt ihr denn alles von mir so das war jetzt aber der letzte die schläger sind erledigt jetzt muss ich mir harvey vornehmen die sensoren der drohne sind vorübergehend deaktiviert aber ich kann immer bloß eine hacken und bis dahin ist die vorige bereits wieder online alles das hat hat so weit ich weil ich bei wo das so So, sauber. So, dann gehen wir wieder rein. Bin mal gespannt, was jetzt auf uns wartet. Du und ich und ein Trakt voller psychotischer Mörder. Hast dich noch nie so zu Hause gefühlt, was? Ach, komm schon. Du denkst, du bist an, dass du noch nie jemanden umgebracht hast? Heilmeldung! Mich hast du getötet! Ich war dabei, weißt du? Du hast mein Heilmittel vor meinen Augen vernichtet. Hast mich meinen letzten Lacherröcheln hören? Und dann, nachdem du mich getötet hast, sagtest du, du hättest geteilt. Du konntest dir meinen Triumph nicht eingestehen. Nicht mal als Abschiedsgeschenk. Aber jetzt bin ich hier drin. Oh, wir beide kennen die Wahrheit. Du hast schon mal getötet. Und heute Nacht werde ich es dich noch mal tun lassen. Tief geht es nicht noch runter. Ah, jetzt sind wir da. So, leise, leise. Hier kommt er, der große, böse Batman. Ah, es klappt irgendwie nicht. Angriff aus der Luft. Jetzt sogar. Oh Gott, die sind alle frei. Soll ich da jetzt reingehen? Einfach so? Oder zugucken? Diese Tür ist auch verschlossen. Ich muss den Stimmen-Synthesizer einsetzen. Alles klar. Wisse dann, wisse dann, wisse. Hier. Huh. So, ausweichen. So, dich habe ich. Dich auch. Dich auch. Von oben. Sehr schön. Sauber. Ah, Robin ist ja auch noch da. Ich habe ganz vergessen. Was kann denn der schönes? Wow. Von oben. So, nimm das, nimm das, nimm das. Sauber. So, der letzte. Komm her. So, sorry. Mein lieber Freund. Die Infizierten. Wo sind sie? Sie sind nicht infiziert. Es sind Joker. Harley hat sie. Und sie wird nicht eher gehen, bis du tot bist. Wie hat sie uns gefunden? Wie ist sie reingekommen? An deiner Stelle würde ich reden. Er ist nämlich nicht immer so gut gelaunt. Woher soll ich das wissen? Ich schätze, sie ist schlauer, als du denkst. Unwahrscheinlich. Überprüfen wir den Bergcomputer. Gute Idee. Ich regle das ganze Gebäude ab. Ich regle das ganze Gebäude ab. Niemand kommt hier raus, bis alle Infizierten gefasst sind. Sie ist einfach einmarschiert. Kein Alarm, keine Warnung. Irgendwas stimmt nicht mit der Spracherkennung. Vielleicht. Es gibt keine Anzeichen für einen Hack. Wenn sie noch hier sind, wird die Gesichtserkennung sie finden. Hab sie. Albert King ist im wilden Westen. Sieht so aus, als wollte er sein Comeback vorbereiten. Sie haben Christina Bell zum Geisterhaus gebracht. Harley lässt sie von bewaffneten Schlägern bewachen. Charisma ist auf der Bühne. Keine Ahnung, was er dort plant. Okay. Okay, wir wissen, wo sie sind. Jetzt müssen wir sie nur noch zurückbringen. Kommst du mit? Alles klar. Glaubst du, Harley erkennt mich in deiner starren, toten Maske von Gesicht? Weil Mimik beherrschst du doch, oder? Henry, verriegeln Sie diese Tür. Und lassen Sie nur Robin oder Mimik durch. Puh, okay. Können wir zuerst lang hier rüber, Backstage. Wie läuft's? Bad Brain. Schön, als du's hier. Meinem Joker hätte es sicher gefallen. So einen Ort hätte er auch gewählt. Da rüber, wahrscheinlich. Ja, da geht's rein. Ah, natürlich komme ich jetzt hier wieder nicht rein. Gehen wir zuerst hier lang. Stage B. Ich gehe sicher nicht in die Nähe vom Bell. Die ist verrückt. Sie hat Hatschen angesprungen und ihm ein Auge ausgekratzt vor allen anderen. Was hat Harley gemacht? Nichts. Ich sag... Hallo? Ausweicheln. Toby? Wie hol? arem? Sei. Lass mich! Bisset? Bisset? Oh, klar! B ecke sei! B��! B asphalt meiner B поним satu B wrapper Ah, das war ja noch nie wieder. Na, machen wir doch mal gut. Ah, na toll. Wow. Okay, dann gehen wir hier hoch. Alles klar. Leise. Verloren. Was? Okay, da oben ist er. Ah, sie. Kommen Sie, Lady. Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Ist das ein Scherz? Ich sitze in der ersten Reihe! Wenn ihr was passiert, wird Harley euch umbringen. Ja, genau. Und wenn Batman sieht, wie ihr mich bedroht habt, macht er dich fertig? Und dich? Na, dich vielleicht nicht. Aber dich auf jeden Fall. Und... Ups. Tja, das gleicht die Lage aus. Egal. Wenn er mit euch trotteln fertig ist, haben ich und Beth diesen Ort nur für uns. also raus mit euch. Damit er euch zeigt, wie sehr er mich will. Damit er euch zeigt, wie sehr er mich will. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir den Minigarn-Schützen schneller ausschalten. Nice. Ausweichen. Wow. Jetzt mal die kleinen weg, die Nerven. Jetzt mal die kleinen weg, die Nerven. Ausweichen wieder. Immer drauf, immer drauf. Ausweichen. Ausweichen. So. Super. Ah, hier nervt. Zack. Rausgeflogen. Ja. Ja. Da ist noch die Batman. Ich muss einen Aussichtspunkt finden, um Batman beim Angriff zu helfen. Ich muss einen Aussichtspunkt finden. Batman braucht meine Hilfe, wenn der Angriff. Ja. Haha. Ich muss eine erhöhte Position finden, um Batman Deckung zu finden. Wie hoch denn noch? Ich muss einen Aussichtspunkt finden, um Batman zu helfen. Ah. Kommt, will da? Jo. Ja. Los jetzt. Okay. Ich zeig's raus. Hallo. Boah, noch mal okay. Ist ja schlimm wie du euch. Ich zeig's raus. Ich helfe dich los. Ich will gerne den großen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir diesen Scherven mit der Minigarn schneller ausziehen. Wow, 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 wow. Hoch, 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 weg. Boah, das ist ein Zwei. Das sind sich nur zwei oder so. Ausweichen. Und ausweichen. Wieder ganz ruhig. Komm, 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 komm. Das war es gleich. Gleich, gleich. Einmal noch. Sauber. So, aber ich glaube, einer läuft hier noch rum, irgendwo. Genau, da ist er. So. Und das, und das. Fickst mich nicht, fixst mich nicht. Und tschüss. Das waren alle. Zeit, um das Bell zu holen. Huh, das war aber knapp, würde ich sagen. Geht das Leben wieder hoch? Ja. Ähm, da hinten. Eins, zwei, drei, drei, uhu. Ey. Sturer, kleiner, wüterer. Ey. Au. Blöde Tusten. Ich glaube, sie hat mein halbes Gesicht zerkratzt. Wie sieht es aus? Als wärst du zu langsam. Hey, wo greift denn der hin? Hast du das gesehen? Das ist wohl ein Schlingel. Höhöhöhöh. So, auf zum nächsten. Dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü. Darüber. Exit. So, wen holen wir uns denn als nächstes? Ich bringe sie zurück in die Zelle. Henry, Robin ist auf dem Weg zu Ihnen. Lassen Sie ihn rein, wenn er kommt. Natürlich. Das heißt wohl, du hast eines dieser Monster aufgehalten. Ja, aber noch bin ich nicht fertig. Dieser Robin scheint eine echte Steigerung zum Letzten zu sein. Kann ich jetzt hier durch? Erinnerst du dich an Jason Todd? Eine Heulsuse. Nur am Jammern. Ohne diesen Verlierer sind wir beide besser dran. Nein. Was haben wir denn hier? Armer kleiner Batman, ganz allein. Du willst das wenden? Dann komm zu mir. Vergiss diesen Freak. Nur tu und ich, Baby. Na komm. Kann ich hier mit dem Batarong durch? Das will ich mal was probieren. Geht das? Nein, schade. Alter, sag, hast du deine besten Tage schon hinter dir? Was glaubst du mit dem, du es dir zu tun hast? Pass auf, was du sagst. Was auch immer. Du hast lieber Fats. Benutze sie denn sie nicht. Ich sitze auf mich. Vielleicht soll sich den Knopf drücken und wir könnten wie Männer kämpfen. Nee. Ja, es geht irgendwie mit dem. Was? Kein fieser Trick? Kein nerviges Spielzeug? Ich kann den Stimmen-Synthesizer nicht benutzen, wenn Harleys Männer zusehen. Aha. Gehen wir zuerst drüber. Probieren wir es hier zuerst. Genau. Der Stimmen-Synthesizer ist nutzlos, solange er beschäftigt ist. Aber diese Seite. Da kann man irgendwie anders rüber. Von hier vielleicht und dann aufspringen. Nein. Okay, ich muss mich da irgendeinem bleiben. Da muss ich denn... Bevor ich einen Befehl gebe, muss ich ein Ziel auswählen. Wer ist beschädigt? Wer ist beschädigt? Wer will meinen Befehlen nicht folgen? Harleys Männer dürfen nicht sehen, wie ich befehle. Ich kann den Stimmen-Synthesizer nicht vor ihren Augen benutzen. So dumm sind sie auch nicht. Ich kann keinen Befehl geben, ohne ein Ziel ausgewählt zu haben. Ich kann den Stimmen-Synthesizer nicht vor ihren Augen benutzen. Ich kann den Stimmen-Synthesizer nicht mehr machen. Das ist dann das Ziel aus. Ein Glück haben wir das Tor. Hmm...